einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Starbaut! Starbaut! Wo hast denn du diesen roten Dödel her? Ja... Erzähl mal! Hi! Nein! Hehehehe! Pass auf meinen Hasen da auf! Auf den Rammler! Oh Gott! Ahem! So! Ja! Der Kegel wieder hier und der Aprobat, beziehungsweise Gino, also Sora, also der Pfeifenkopf und ich... Bob, der weiß, da... Sagen Sie mal! Das ist aber nicht fachgerecht hier aufgebaut, ne? Warum das denn? Gucken Sie sich das mal an! Hier ist ne Lampen, da ist ne Lampen, was ist das hier? Das ist meine Fackel! Ich brech zusammen! Ah! Da war süß! So! Ähm, ja! Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen... Ich weiß jetzt nicht, ob wir in der letzten Folge... Die letzte Folge, die liegt jetzt auch schon wieder... Lasst mich lügen! Eine Woche her! Mindestens ne Woche wieder her! Ähm... Ich würde jetzt eigentlich gerne mal auf einen... wo wollten wir eigentlich hin? Ähm... Ich glaube ja! Äh... Du bleibst draußen! Nach Alpha kommt Beta... Dann kommt Gamma... Ja, Gamma... Wollen wir Gamma da... Ne, Delta ist vor Ort... Wollen wir Gamma! Ja! So, aber wo war man jetzt eigentlich letztes Mal? Ach, auf Beta... Mal... Mai... Maiores 2! Oh! Ach, bestimmt ja... Ist das unser Heimatplanet hier gewesen? Äh... Du hast unseren Heimatplaneten, glaube ich, schon benannt, oder nicht? Oder? Ich... Ich weiß es nicht! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung... Warte, ich guck mal! Okay, dann mach ich mich schon mal auf den Weg, ne? Das war definitiv nicht unser Heimatplanet! P-p-p-p-pa-pa-pa-pa! Super! Äh... Gemma? Gemma? Wo... Wo ist der Gemma? Der Gamer? Achso, ja, der Gamer! Achso! Hier habe ich Gamma Anker 797! Ein Gen... Oh! Ein Gen... Hör mal zu! Ein Gentlestar! Oh! Mit dem Anker! Ich sollte vielleicht nur nicht so laut sprechen, es ist ja schon 1 Uhr 6 in der Nacht! Nicht, dass sich irgendwie die Nachbarn dann hier beschweren, dass ich zu laut bin! Quatsch! Nimm mal rein damit! So! Was haben wir hier? Da haben wir schon mal einen Desertplanet! Das ist schon mal gut! Was haben wir da? Äh... Was? A lush planet teaming with life! A lush! Okay, und das ist ein großer Desertplanet! Der gefällt... Sieht schon mal gut aus! Wir haben... Warte mal, der hat äh... Größe 6000! Der hat Größe 3000! Und der 4000! Wollen wir einfach den 3000 daneben? Erstmal klein, ja klar! Alles da! Oh ja! Flitterwochen! Was? Oh, da ist gleich das ganze... ähm... Benzin für drauf gegangen! Also müssen wir dann gleich in dem System auch nochmal... Den Tank auffüllen! Ich... Geh mal kurz meine Badehose holen! Was machst du? Raus hier! Ich hole meine Badehose! Guck mal! Das sieht eher aus wie ne Arbeiterhose! Das sieht eher aus wie ne Arbeiterhose! Hehehe, ich bin nackt! Hehehe! Oh Gott! What the fuck! Oh Gott! Nein! 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 Jetzt bin ich ne Arbeiter! So! Hier ist ja jetzt unsere nächste Mission, äh... Den... Manipulator! Diesen Manipulator dingens... Genau! Den Meta-Manipulator zu upgraden! Da brauchen wir 10 Bars Gold und 10 Bars Titanium! Darf ich dir was sagen? Weiß'n? Die sehen aus wie Penner mit der Laterne hinten dran! Und ich mit meinem Bart so, ne? Ne, also... Wenn dann bitte wie... wie alkoholische Penner! Alles ja! Dann kann man nämlich solche Sprüche sagen wie... Ich hab' keine Probleme mit dem Alkohol! Nur ohne! Welche Probleme? Ne! Von den leichten Land rein ist mir Kognak immer noch am liebsten! Na ja, der kommt noch! Was? Oh... Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Der... Oh! Der Lügere kippt nach! Udo Lindenberg! Bist du es? Hahaha! Oh Gott! Was? Udo! 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 Das ist... Der Wind... Der Wind wahrscheinlich nicht! Das ist die Kiste! Die gebe ich dir! Oh, das... Ich sehe nichts! Was dran ist? Äh... 260 Pixeln? Eine Einhandwaffe mit 100... Ach du Scheiße! 120 DPS und Damage per Swing 33! Ich guck nur mal! 4 Copper und 3 Eisen! Ja, ich kann sagen... Du bringst immer... Du holst immer die Planeten raus, wo du uns scheiß Samstag bist! Ja, so ein Scheiß Samstag bist! Immer! Ja! Das habe ich dann in der Hose wegen dir! Irgendeiner muss doch schuld sein! Alter, ich sehe nichts! Ich... Ich wollte genau dasselbe gerade sagen! Äh... Wäre es nicht besser, wenn wir gleich nach unten gehen oder so? Wir müssten irgendwie die Planeten ja von noch umrunden! Da vorne bist du! Ich sehe dich! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was? Könnt ihr? Was ist das denn? Alter, komm, den setz ich auf! Oh Gott! Hallo mein Schatz! Der Fuß ist ja weg! Alter, das sieht doch scheiß aus! Probier mal ein Bier hier! Oh Gott! Wenn du rüber gehst, kannst du das sehen! Nö, kann ich nicht! Ist noch eine Kiste! Alter! Also, hier war noch eine Kiste! Genau hier, ganz rechts! Okay! Oh geil! Oh geil! War irgendwo ein Vieh? Jetzt! Die Kiste nämlich mit sich ist geil! Ich sehe trotzdem nichts! Das kannst du mir ein bisschen leuchten! Was ist das denn? Also Knochen! Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist doch noch eine Kiste! Wo? Äh, hier an der Ecke! Was ist das denn? Wow! Mit vier Koffer drin! Eine Tarpet-Chess! Darf ich ihm mal zuwerfen, was ich auf so anderen rauskult habe? Ja, was denn? Ah ja! Äh! Wollen wir die Kiste mitnehmen? Ja, hab ich auch von! Ich hab dich schon! Okay, dann nimm du sie! Ja! Willst du die Blueprints lernen dann? Kann ich machen! Wenn du möchtest! Wäre kein Problem! Warte, ich weckse erstmal wieder auf meine Waffe! Man hört so klemmporn! Ja, ich bin Geld geil! Nein, ich muss mir ja eine Handtasche kaufen, ne? Aus Affenleder. Immer. Willst du dich bereit erklären, dich schon mal dafür zur Verfügung zu stellen? Nur, weil ich gleiche. Ich wollte nur noch mal sagen, wir haben uns immer gleich zu Anfang die besten Planeten rausgesucht, weil man sieht überhaupt nichts. Was super gemacht. Ist das cooler? In der Tat. In der Tat? Bist sehr viel von mir da bei dem Thema. Ja. Ich werde schon mal ein bisschen weiter gehen. In der Ort. Oh, 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 oh. Oh, ein Roboter. Yeah. Wo, wo? Ja. Das heißt hier. Ja, ja, boah. Ich habe voll mein Brüche auf jeden Fall. Ähm, gehst du auf eine andere Seite? Wir wollen doch diesen Herren, ähm... Oder Dame, oder... Warte. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls herzlich begrüßen. Eins, zwei, drei. Morgen! Ähm. Merde. Ha, Schatz. Was? Jetzt sind... Was zum Teufel... Warum kann... Also... Nimm von mir. Das ist mein neuer Arbeitshut. Boah, geil. Hier gibt's gar nicht... Der Befreie, mein Bruder. Ja. Hier ist ja wieder Blut drin. Alter. Das nimm ich mit. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen bandagieren. Sag mir nicht, du hast auch so'n Hut. Nein, nein, viel besser. Kommt jetzt. Nicht gucken, nicht gucken. Okay. Wie schwankt Böses. Guck mal, ne drei. Ach so, höchst lang. Wollen wir einsichtlich doch nicht mal reingehen? Ah, das ist so ein Teil. Ja. Was hast du denn gefunden? Ich dachte, das wäre ein Cap, aber ich habe das nur ein Scheiß-Schwanz. Das ist ja nichts Nulles. Guck mal, ne? Er wählt im Tuch. Wollen wir hier gleich rein oder wollen wir das dann nach der Umrundung machen? Äh, ne, direkt. Äh, ne, direkt. Immer direkt. Ich gehe nicht auch cool aus. Morgen. Morgen. Frühmann. Oh, vor allem, wo ich es umgekehrt bin. es hat sich gut rein gut der hat mir wehgetun ich will das ist jetzt auch noch welches neuer wird nur die ich lesen kann ja Wollt ihr die eigentlich mitnehmen? Oh ok... Sie dürfen vorgehen, mein Herr. Aber, es ist sehr vorkoch. Meine Dame. Danke Schatz! Wow... Wenn ich dich sehe... ich will nicht immer so eine Lampen mitnehmen die sieht cool aus die baut schon wieder alles aus äh nn nn ja ganz genau hast du mich verstanden? ja ja sehr gut ich muss dir auch was sagen bei deinem Anblick da wuschelt sich mein Schwanz da flattet ein Wind also na ich muss weg hier aber schnell weiter runter ja geh du runter ich geh hier drüben oh alter was willst du denn? toll drei Bandagen das hat sich lohnt drei Bandagen die Bandagen zum mitnehmen ey diese Lampen gefallen mit also die nehme ich mit ist mir scheißegal aber fest drauf ich habe übrigens gerade gegen einen Typsy gekämpft der drei Bandagen teilen gelassen hat geil mit einer Waffe übrigens geil ich hab mich jetzt zum nächsten ich darfst doch gleich eine Geschichte vorlesen bestimmt was willst du? die eine Geschichte vorlesen auch das hallo hallo was tut sie hier? was hat hä? die der Wolfpacker Moment mal gucken was das jetzt der Wolfpacker ja guck das ist ein Schild geil das ist ein Schild wir machen bald wir machen irgendwann eine Spezialfolge eine Spezialfolge eine Spezialfolge eine Spezialfolge ahja was tun wir ja die ganzen Geschichten die wir haben vorlesen danke da oben war ich schon hallo du warum lässt du einen Wasserspender hier stehen können wir gebrauchen haben wir davon na egal das ist mir wohl ist dann will ich auch die Müll die Affleiter haben klar bin hier dann bin ich kürig Alter was ist das denn hier haha ha hahaha wir sehen ja cool aus Fleischwerber um kommmeier was, wo, wie, ne? das Oho wo die THE RADIACTIVE BARREL waren Moment Moment Ah HA, ich bin noch weg das hast du nicht gesehen was hier draufsteckt, oder? Ähm, naja, das kann auch andere Cola sein, ne? Aber, ich muss mal die Musik... Warte mal, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser machen. Du holt mir gerade ein bisschen zu toll auf den Boden. Ich hielt dich mal. Ja, wäre glaube ich eine gute Idee, ne? Ansonsten lebt wieder nicht gleich ab. So, sieht schon viel besser aus. Was war's hier? Das ist sowieso eine Sauerei. Oh, geil, noch ein Buch. Ah, hier. Kann ich nicht lesen, habe ich schon gelesen. Ja, warte mal, das Ding will ich aber mitnehmen hier. Wir brauchen nicht alles, aber das, was mir gefällt, hat nämlich mit. Das, was mir gefällt. Ach, das gefällt mir. Typisch, Frau. Ja, natürlich. Wo willst du hin? Da muss ich... Da, la. Ach, tja. Besserwisserin. Hallo. Was ist, ich gebund? Schlag die Fritze ein, ne? Ui, was? Uff, hallo? Also, hier kriegen wir wieder viel Kohle, das ist gut. Was ist jetzt los, um... Hä? Auch leck mich doch mal, ich hab vergessen, mein... ...der ich mit dran zu nehmen. Was finde ich? Hier, wo du da vorne kommst. Ach so. Oh, oh. Ein Daarsch. Herr Arsch. Morgen. Oho, oho. Riemen. Nee, morgen ist Freitag. Bisschen wir sogar heute. Also, jetzt. Also, ach, ist ja mal klar. Einen Moment! Hiiii! BAM! Bist du voll guter Freund! Ich bin Ausländer! Angst! Alter! Warum was kommt hier an? Warum was kommt hier an? Alter! Ich höre es! Ist er unter uns? Warte? Ja! Alter! Geile Scheiße! Alter, ich hab vorher mal ein Bericht, hier bist du mir geht nicht mal gerade, und du? Ja, bei mir sind sie gerade auf 60! Bei mir ist... Du musst eine Kiste! Ja? Willst du die nehmen, oder soll ich? Äh... Du musst eine Kiste! Wo? Da drüben! Alter! Ich könnt hier mal rein! Guck! Da! Ach, hier! Guck mal! Ne, da brauchen wir einen Schlüssel für! Den müssen wir wahrscheinlich aus dem Sprungbereich holen, oder? Jetzt werdet Licht! Ach, hier genau so! Hä? Du musst die Schalte umlegen, jetzt muss Licht werden wieder! Was ist das denn? Ich hab einen... Incare... Muselones hab ich gefunden! Das sind Bücher, die ich lese gerade die ganze Zeit! Ach so! Gut, alles klar! Wenn du sie finden lässt, nehm dich einfach mit! Dann kann ich sie eventuell weiterlegen! Ich hab dich gerade außerdem hingesetzt, weil ich mich mal an der Nase kratzen musste! Autsch! Ach, die geht auf! 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 Ach, was ist das denn? Bleiben Sie kurz liegen! Herr Doktor! Mir geht's nicht so gut! Bleiben Sie kurz liegen! Ich komm jetzt! Ich glaub ich bin krank! So! Nein! 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 Mir geht's schon viel besser! Ich fühl mich richtig gut! Oh, ich bin... Oh, ich bin gesund! Danke, Herr Doktor! Dass Sie mir so gut geholfen haben! So! Ähm... Vorführeffekt? Scheiße! Ach, so! Hä?! Was ist das denn? Lass das an! Äh, Lerne 1, Go Abe! Äh... Müssen wir uns jetzt aufteilen, oder was? Go Abe! Affe! Ne, können wir ja... Ähm... Du, aber ich muss doch mal die Musik leiser stellen. Alter, das ist so laut bei mir auf dem Hohen. Okay. Das geht gar nicht. Ach, das ist so hinter eines Parcours. Auf der linken, auf der rechten Seite. Was ist links? Wahrscheinlich genauso. Oha, nur viel schwieriger. Willst du links oder rechts? Also, du darfst aussuchen. Du musst die Frau. Äh, warte mal. Ich muss erst mal was austesten. Kannst vergessen. Ich glaube, wir können zwar nichts anbauen. Ne. Hehehe. Ähm. Sollen wir erst mal Rest entlang gehen am besten? Ja, das ist glaube ich besser. Wir gehen zusammen. Das überlebe ich nie. Das ist ja noch einfach hier. Achso, wir sind ja Dinger noch. Das ist egal. Oh, komm, das schaffen wir. Oh, Gott. Oh, Gott. Ähm. Soll ich? Genau, guck du unten. Ich gehe hier oben lang. Äh, wir müssen damit lang. Das ist so. Junk. Run. Hand. Ja. Ja. Ja, gut. Ach, ich bin dein Junge. Was ist für den Junge? Ältere. Leck mir an die Füße. Ne, lieber nicht. Ich denke. Boah. Ich warte auf dich. Folge dem Licht. Folge dem Licht. Schwer in den Frühsprung, auch wunderbar. Ich komm damit nicht zurecht. Ich bin für solche Sachen nicht geschaffen. Ähm, ja, gut. Ich heil mich noch mal eben. Ja. Komm ich da lebend unten an? Also ich bin, ich bin lebend unten jetzt zuerst. Gut, mindestens einer. Boah! Bei mir kannst du... Willst du oben bleiben? Weil hier oben ist nur ne Kiste mit ner Waffe. Was? Willst du oben bleiben? Hier unten ist nur ne Hightech-Kiste mit ner Waffe. Sonst nichts weiter? Nein. Gut, alles da. Und Knopf. Drücken Knopf. Boah, meine Frames, die spacken so rum, ey. Hohohoho. Achso, was ich ja noch gar nicht so weit erzählt habe. Die Frames, die spacken bei mir wahrscheinlich so rum durch den Server. Also es liegt nicht an meinem PC. Wollte ich nur mal so gedacht haben. Ich komm wieder hoch. Jo. Ich sterb gleich. Auf den Weg da oben. Hall worlds geschlucken... Alter. So bist du tot? Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein. Niemals. Niemals. Ich sterbe nicht. Ich bin der Terminator-Vogel. Das zeigt euch, weil ich Waffe da drin war, ne? Ja. Ich warte auf der anderen Seite dann wieder. Auf dich. Ist alles gut. Hallo. Ähm, ich komm mir da gleich wieder hin. Du bist gleich tot auf jeden Fall. Ja, ich, ähm... Ich musste mal kurz zum Schiff zurück. Ist alles gut. So. Äh, warte, dann geh ich mal ganz kurz links rum. Weil das ist ja ein kleiner Planet... B-b-kleiner Planet. Und... Ich kann gerade überhaupt nichts sehen. Alter. Die Frames, die spacken hier so werbe rum. Ja, bei mir sogar auch auf einmal. Boah, Alter. Wenn was zu sehen. Und das liegt nicht daran, dass jetzt hier... Alter, Sandsturm ist. Boah, ist das eine geile Scheiße. Was ist geil? Äh, nichts. Ich meine, äh, nichts. Boah, Alter. Irgendwie hackelt der Server gerade derbe. Das scheint ja nicht nur an mir zu sein. Du wirst bei dir... Du wirst bei mir wieder rechts angezeigt. Das ist immer gut. Naja, gut. Dadurch, dass das ja ein kleiner Planet ist. Also das... ... sollte ja so richtig sein. Ja, ich... Ich warte. Ja, ich bin gleich da. Ich beeile mich. Ich sollte mal öfters diesen Double Jump benutzen. Ja. Der wäre nicht schlecht. Wo schon will? Komm schon. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Da wird es auch nicht. Da wird es auch nicht. Ähm. Nicht unbedingt. Also ich... Mein Englisch ist ja so gut, da würde ich lieber sagen. Lassen wir lieber. Ich könnte mal kurz im Gegend da mitbringen, ne? Alles klar. Aber... Huch! Hallo! Raus da! Ja. Da bist du gleich wieder. Puh! Willst du wissen, was ich gefunden habe? Sag mal. What the fuck?! Was ist denn?! Wie viele DPS machen? Die macht... Äh... 114 DPS. Boah! Alter, wir... Wir müssen gucken, was auf der anderen Seite ist. Ja. Und lass mich raten, ich werde garantiert, wir sterben. Ach, Quatsch. Boah! Alter! Doch, ich habe mich gerade schon so blöde angestellt. Also es kann ja nichts werden. Boah! Boah! Das ist fair! Boah! Ich sehe es! Am besten bringst du dir hier um die Ecke und kannst, wenn du oben bist auf der... wenn du da drauf bist. Also da. Bringst du hier um die Ecke. Ah... Also ich bleib am besten gleich auf den Bandagen. Ja. So. Alter, das gibt's doch nicht! Nicht aufregen, denn das ist alles gut. Alles... Alles in gutem Bereich. So. Mach ich das so. Ist mir jetzt scheißegal. Oh! Wird's ja schaffen, kurz vorm Ziel, oder fällt sie wieder runter? Nein! Das ist ja in der nächsten Folge. Nein! Es ist ja leider noch nicht vorbei. Noch nicht. Ähm... Es wird so schlimmer. Natürlich! Ach! Immer drauf! Ich nehme übrigens gerade nur mit 11 Frames auf. Ach! Ich... Ich bin doch bei 20. Sei froh! Wuuuh! Alter! Durch diese scheiße Hacker! Boah! Da oben bist du... Okay. Kannst du nur runter, unten ist safe. Ja, ich bin jetzt gerade bei 8 Frames. Ich bin immer besser. Ja! Ja! Hallo, hallo, hallo! Das ist meine Kiste! Ich wollte nur gucken! Hallo! Ja! Kann hier! Was ist denn das für eine Kacke? Ein Plasma-Shotgun! Ach so! Drück mal den Knopf! Moment! Weil dann müsste sich auch in der Mitte die Türe öffnen, damit wir oben an die linke rechte Fluch-Printkiste rankommen. Ja, Moment! Ja, lasst jetzt halt! Alter! Geht ihr hier oder was? Ja! Ich lebe ja noch soweit, also mehr oder weniger. Doch. Nicht mehr Lacke. Es ist doch echt zum Heulen. In der Tat, die Tür in der Mitte ist auf. Ich warte auf dich. Ja, ja. Ich kann sich ja nur um Stunden handeln, ja? Oh, geil. Halbe Stunde um. Ich fresse Kartoffel, äh, Möhre. Mach mal. Oh, da bist du ja. Ja, nicht mehr lange. Willst du, Akkimin, oder? Ja. Es ist um dich auf. Hast du gehört? Ich habe gehört, dass irgendwas aufgegangen ist. Ich bin hier. Ach so. Ich gucke nur rein. Mama. Eine Waffe. Was ist denn für eine Waffe? Äh, Waffe. Plasma. DPS 107 und weniger Energiepreffer. Richtig und so auch benutzen. Guck hier. Guck hier. Eine Plasma-Rüffel. Ja. Lass uns mal ganz kurz hier. Überraschung. Moment. Hinterkopf. Hinterkopf. Pfff. Ich habe mal kurz zwei Karotten da reingelegt. Ich glaube, die ist besser, ne? Ja? Ah, was? Sieht ganz gut aus. Weißt du, was wir jetzt machen? Erstmal? Einen Break. Wie machen wir Einen Break fest? Ich sitze am PC. Ich nehme gerade Starboard auf. Ähm. Warte mal, die Tür zu hier. Ist jetzt auch am PC. Ja, LPC. Ja. Strom ist aus. Also. Waren. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Tschüss.